Ich bin hier gerade an der Kugelbarke, fast, naja, Strandhaus Kugelbarke und das zeige ich euch gleich. Aber vorher zeige ich euch die neue Treppe hier. Uppsala, die habe ich gerade eben entdeckt. Jetzt gehen wir rüber zum Strandhaus Kugelbarke hier und dann haben wir hier oben noch die alte Treppe. Ja, also für alle, die es wissen wollen, guckt sie euch an, bewusst. Ich fand die jetzt ganz angenehm auch beim Hochlaufen. Man sieht auch am Rand noch so ein bisschen, dass es halt gerade frisch gemacht wurde. Ja, okay, das mal als ganz kurzer Einschub.